Ich bin hier in Hamburg, St. Pauli, in der Handelplatte, einer von zig independent Plattenläden in der ganzen Republik, auf der ganzen Welt. Am 21.04. findet der Record Store Day statt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das ist Wahnsinn. Ich habe noch etwas kürzlich davon gehört, aber von meiner Seite aus, von Audit Seite und allen Künstlern, die dabei sind, Full Support für den Record Store Day. Dankeschön. Musik